Ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite mit mir, dem Herrn Gleisch. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, ja wir schauen jetzt hier in den neuen Emote rein, in den Fackelwirbel. Und da werden wir jetzt noch ganz viele Skins mit ausprobieren. Das sind doch inzwischen alle 70 Stücke, oder? Ich glaube 70 Skins sind es inzwischen. So, wir schauen mal, was haben wir denn... Ich habe jetzt voller Lotte zu tun. So, ich kann jetzt hier Skins ausprobieren. Also, wir gucken mal. So, das ist doch schon mal... Also, ich finde diesen Emote mega fest. Das Eis geht nicht so falsch aus, du musst dir eigentlich dahin schmilzen. Stell dir das mal vor, wenn der schmilzt. Scheiße. Sieht einfach so falsch aus. Ich finde es sieht mega geil aus. Ohne Scheiße. Ich finde es sieht mega 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 fett aus. Ehrlich, ohne Scheiße. Das ist das Mikrofon überhaupt... Ja. Ich muss nicht mehr sicher gehen, dass das Mikrofon überhaupt noch an ist. So, da ist der Eiskönig. Hammer, oder? Hammer, 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 kann ich dazu nur sagen, ey. Mega fettes Teil, ey. Ohne Scheiße. Ich finde es sehr gut. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Oh ja, mit dem Spider Knight haben wir es ja schon gesehen. Mit dem Ravage, der ist ja momentan sowieso im Lighten Shop. Untertitelung. BR 2018 Oh ja, mit dem Ravage, der ist ja momentan sowieso im Lighten Shop. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Leute, ich habe hier schon viel solcher Videos eingeschlafen, aber dieser Ton ist wirklich gut. Leute, das ist die beste Methode, wenn eure Eltern sagen, geht ins Bett, hört euch das an. Dann könnt ihr euch noch nach drei Stoßen sagen, ich bin immer noch Helmach. Energizer. Jetzt darum geht das hier, ich spiele jetzt, wenn es hier geht. Dann macht ihr die Musik an und sagt, ey, ich bin immer noch super warm. Am nächsten Tag holt ihr euch nach Hause. Quasi der Energy Drink hier. Genau. Ich kann mich daran gar nicht satt sehen. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Astronautenanzug sieht das irgendwie total unspektakulär aus. Kann ich das Schöpfer nicht verbrennen? Wo ist da der Kick, der Reiz? Untertitelung. BR 2018 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 Ja, am besten hat mir persönlich es tatsächlich wieder mal hier mit unserer Funkel-Spezialistin gefallen und deswegen lassen wir es jetzt noch mal ein paar Minuten damit durchlaufen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.